Hat der Tech-Index Nasdaq jetzt seinen Boden erreicht und zwar ausgerechnet an dem Tag, an dem Jerome Powell als alter und neuer FED-Chef jetzt bestätigt worden ist? Wir wollen uns mal anschauen, wie derzeit das Surrounding ist, wie die Lage ist. Powell hat vieles gesagt über das, was die FED vorhat und nichts ist ja wichtiger als die FED für die Aktienmärkte. Das ist sozusagen der zentrale Spender von Glück oder eben Unglück. Die Rallye vor allem ab 2020 und ab 2019, nachdem die FED damals umgesteuert war, war ein Geschenk der FED und jetzt könnte man sagen, die FED hat es gegeben, die FED hat es wieder genommen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie es mit dem Nehmen, wie ernst es der FED damit ist und wir starten mal mit Aussagen von Jerome Powell, die er gestern getätigt hat. Er hat gesagt, die Inflation auf 2% nach unten zu kriegen, das ist ein Prozess und das dauert und will also include some pain, wird einige Schmerzen letztendlich verursachen, aber es wäre schlimmer, der Schmerz wäre noch größer, wenn wir es nicht schaffen würden, die Inflation in den Griff zu kriegen. Und so hat er dann gestern auch noch gesagt, nothing in the economy works, the economy doesn't work for anybody without price stability, also ohne Preisstabilität geht nichts in der Wirtschaft. Der Schaden mit einer ungezügelten Inflation ist größer, als wenn ich Schaden verursache, indem ich gegen diese Inflation ankämpfe, kann deswegen ein Soft Lending nicht garantieren, so hat er gesagt. Das wird eine sehr schwierige Geschichte, will be challenging, won't be easy, no one here thinks it will be easy, keiner glaubt hier, das wird wirklich eine leichte Geschichte sein. Dennoch haben wir vielleicht die Möglichkeit, es zu schaffen, so könnte man das vielleicht sinngemäß übersetzen und gleichzeitig hat Powell nochmal gesagt, ja es dürfte angemessen sein, auf den nächsten beiden Zinssitzungen oder auf den nächsten beiden Sitzungen die Zinsen jeweils um 0,5% anzuheben. Dann auch gefragt, naja seid ihr eigentlich zu spät gewesen mit eurer Zinswende, hat er gesagt, ja hätte man alles perfekt gemacht, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wir hätten die Zinsen früher angehoben und da ist natürlich ein gewisser Zweifel da, bis zur neuen Nominierung von Powell hat Powell ja immer gesagt, ja Inflation is transitory, das ist doch ein vorübergehendes Phänomen. Interessant auch folgende Aussage, wenn die Dinge besser sich entwickeln, als wir erwarten, dann sind wir bereit weniger zu tun, wenn sie schlechter sich entwickeln, müssen wir mehr tun, dann sind wir vorbereitet dazu. Das heißt nichts anderes, als dass wenn die Inflation schneller runterkommt, die FED eben die Zinsen nicht so schnell anheben wird und andersrum. Also it's all about inflation, alles dreht sich um die Inflation, das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt noch Aussagen von Daily, San Francisco FED, hochinteressant, denn sie bringen wirklich etwas auf den Punkt. Die hat nämlich gesagt, ja mit diesen Financial Conditions, da haben wir schon einen guten Start gehabt, diese Financial Conditions zu straffen. Also ich würde gerne sehen, dass diese Financial Conditions sich weiter straffen, damit wir dann Angebot und Nachfrage in Einklang oder in ein Gleichgewicht bringen können. Das ist eine sehr klare Message, wir haben angefangen, wir sehen, dass da schon ein paar Schäden an den Märkten sind, aber reicht noch nicht, muss noch weiter passieren. Und das genau ist das, was Daily hier sagt. Wir sind am Anfang, es ist noch nicht zu Ende. Auch sie wiederholt zwei 50 Basispunkte Zinsanhebungen. Also mit anderen Worten sagt sie, ja, wir finden das okay, wenn die Aktienmärkte ein Problem bekommen. Das ist eigentlich eine sehr klare, sehr direkte Ansage. So sieht es auch Jim Bianco. Man versucht sozusagen jetzt den Aktieninvestoren, wenn man so will, Geld wegzunehmen, um Nachfrage zu reduzieren, sodass dann ein Angebot und Nachfrage wieder im Gleichklag ist. Mancher Bulle beugt sich da über die Toilette. Aber wir sehen das jetzt durchaus, was nach oben geht. Technisch natürlich sind wir sehr, sehr stark überverkauft. Wir haben gestern ein neues Tief gemacht, wie gesagt, bei den Indizes. Wir sind etwa beim Russell auf eine sehr wichtige Unterstützung, dieser Nebenwerteindex Russell 2000, sehr wichtige Unterstützung gekommen. Oben der Chart, unten der Chart. Das ist der S&P 500, wo wir in diesem Abwärtstrendkanal die untere Begrenzung erreicht haben. Gleichzeitig im kürzeren Zeitfenster diesen steilen Abwärtstrendkanal auch die untere Begrenzung erreicht haben. Und irgendwie ist es dann durchaus nicht so fürchterlich erstaunlich, wenn wir dann auch mal was nach oben sehen. Zumal der Wix, die Wohler, praktisch nicht mitgezogen ist. Wir haben keine neuen Hochs gesehen bei der Wohler. Aktienmärkte weitergefallen. Wohler nicht weiter gestiegen. Könnten durchaus oben hier in dem Chart, da sehen wir diese gelbe Linie. Die zweite gelbe Linie von oben, da sind die 4100 Punkte. Wäre durchaus drin, dass der S&P da hinläuft. Der S&P 500. Hier sehen wir nochmal die Fibonacci Retracements. Wir hatten das Hochjahr gehabt bei 4818 Punkten. Und wir haben jetzt etwa fast das 382 Retracement angelaufen. Bei 3815 waren wir kurz drüber. Und das 238 Retracement wäre um und bei 4200 Punkten. Also 4100, 4200 wären theoretisch drin. So eine Erholung, Bewegung, überverkauft. Schon ein bisschen ausgebombt. Aber wir haben vielleicht noch nicht den letzten Panikmove gesehen. Dazu gleich mehr. Aber dennoch, schauen Sie mal hier, was Jason Gapfurt hier uns präsentiert. Mehr als 29% aller Aktien an der New York Stock Exchange haben einen 52-Wochen-Tief erreicht. Sind also auf dem tiefsten Stand seit einem Jahr. Es hat 18 Mal seit 1984 solche Dinge gegeben. Und ein Jahr später war der durchschnittliche Return, die durchschnittliche Performance bei plus 32%. Nur einmal gab es ein Minus von 0,2%. Also hier bullische Aussagen, meine Damen und Herren. Zumal die Financial Conditions, die Frau Daly angesprochen hat, von der San Francisco Fed ja durchaus sich schon gestrafft haben. Die sind jetzt mit Ausnahme des März 2020 Corona-Crash so tough, so rigide wie seit sieben Jahren nicht mehr. Aber wie gesagt, damals konnte die Fed umsteuern, konnte jederzeit umsteuern. Ja, okay, haben wir nicht so gemeint. Schaden an den Aktienmärkten groß wollen wir nicht. Paul 2019, Anfang 2019 nach den Kursverlusten von 20% dem S&P. Jetzt geht das nicht mehr aufgrund der Inflation. Jetzt kann er nicht einfach umsteuern. Und anders, oder sagen wir so, die Bullen hatten ja zwei große Rückenwinde in den letzten Jahren. Das war einerseits der Hauptrückenwind, das war die Fed, Geldpolitik, Booms, Liquidität. Und damals dann auch noch St. Donald als Präsident, der jedes Allzeithoch in den Indizes gefeiert hat und das richtig schick fand. Unlike Trump, Biden doesn't use stocks to judge the economy, hat das Weiße Haus immer wieder gesagt. Also bisher nimmt Biden keine Rücksicht auf die Aktienmärkte, aber das wird anders werden, wenn es zu den Zwischenwahlen geht. Deswegen glaube ich, dass wir so ab Ende September ohnehin eine gute Chance haben für eine Rallye, weil dann im November eben die Zwischenwahlen sind in den USA. Und da würde dann auch gerne Joe Biden irgendwie eine bessere Stimmung haben, wenn die Aktienmärkte dann ein bisschen besser stehen. Dann wäre das sicherlich nicht das Allerschlechteste aus Sicht des US-Präsidenten. Hier sehen wir mal Artikel, die das Wort Kapitulation enthalten, hält sich noch sehr in Grenzen. Wir haben noch nicht so einen finalen Washout von 5-6% gesehen. Das ist bisher nicht passiert, dennoch drehen wir jetzt schon. Mal sehen, ob wir das dann wirklich bestätigt sehen, dass jetzt der Boden gefunden ist. Wie gesagt, die Fed wird ernst machen und je höher die Märkte wieder steigen, umso laxer sind dann wieder die Financial Conditions. Das kann der Fed nicht gefallen. Die Fed ist nicht mehr dein Freund und Helfer, sondern dein Gegenspieler und Runterdrücker, könnte man formulieren. Also wir sehen, dass hier diese Kapitulation eigentlich noch nicht erfolgt ist. Dennoch sehen wir jetzt auch die Dickfische, die generell sind angeschossen. Apple etwa hatte 417 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Das ist mehr als Visa an Marktkapitalisierung hat, mehr als Nvidia und das ist auch mehr als Walmart. Also wirklich die Firma mit den meisten Mitarbeitern in den USA. Das zeigt, dass da vielleicht die Relation ein bisschen nicht stimmig ist. Apple dürfte Probleme kriegen durch den Lockdown in China. Aber sei es darum, schauen wir uns mal jetzt in Sachen Rezession so erste Kanarienvögel in der Grube an, könnte man sagen. Vor allem Tech-Startups entlassen sehr deutlich sehr viele Leute inzwischen. Da ist ja Uber, viele andere Firmen haben gesagt, wir machen jetzt erstmal so einen Hiring-Stop oder wenn überhaupt nur ganz selektiv noch einstellen. Also die Zeiten, wo die expandiert sind, wo das Geld locker saß, die ist vorbei. Es beginnt dann meistens eben bei diesen Startups und setzt sich dann in anderen Bereichen fort. Eine Gefahr für die Bullen sehe ich auch hier, vor allem die Stärke des Dollars. Ich hatte gestern das Markerflüstern gemacht, Aufwärtscrash des Dollars als Warnsignal. Ja, das ist es, denn das heißt, Enthebelung. Da passiert etwas, türkische Lira jetzt etwa, dass die Verlierte zum Dollar okay. Aber wir sehen eben auch polnisches Wort, Euro, britisches Pfund, australischer Dollar, Schweizer Franken, gestern 1 zu 1 zum US-Dollar. Das ist erstaunlich, oder? Also da ist durchaus was passiert. Kanadischer Dollar 7% Minus. Also das ist sozusagen etwas, auf das man wirklich achten muss. Die Stärke des Dollars ist eine Gefahr für die Märkte. Wir sehen, der Onshore-Yuan weiter abgewertet jetzt Dollar-Yuan über 6,80. Also langsam wird es da abisi kritisch. The biggest story no one is talking about, sagt Albert Edwards. Es ist eine Story, ich spreche darüber. Sie sollten im Ministen drüber nachdenken. Ebenso wie das, was vielleicht heute kommt. Finnland will ja der NATO beitreten heute, oder will zumindest den Antrag stellen. Die Russen haben gesagt, damit werden die beiden Länder, wenn auch Schweden das tut, ein potenzielles Ziel für das russische Militär. Da könnten auch die Russen den Finnen das Gas abdrehen. All das ist möglich. Und wie es jetzt ausschaut mit Lieferketten, Materialmangelproblemen, sehen wir daran, dass Toyota jetzt zwölf Fabriken in Japan erstmal stilllegt und auch in Nordamerika Stilllegungen macht. Nicht, weil man jetzt zu wenig Nachfrage hätte nach Autos, sondern weil man schlichtweg die Teile nicht hat, um die Autos zu produzieren. Dieser Lockdown in China, der wird als Tsunami sozusagen erst dann spürbar, wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten. Das können wir noch gar nicht ermessen. Jedenfalls sehen wir auf der anderen Seite, dass jetzt Getreidepreise schon steil ansteigen. Die globale Getreideernte reicht nicht. Das wird Hunger bedeuten, das wird Unruhen bedeuten, das wird Fluchtbewegungen bedeuten. Unten sehen wir den Weizenpreis. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Articuli, die ich Ihnen empfehlen will. Erstens, Kativote, ARC-Fans in dramatischer Schieflage. Mal so einen Blick, was sind diese ARC-Fans, was ist da drin, wie schaut es da aus? Und wie ist jetzt die großartige Lage meiner zweitbesten Freundin? Dieser Artikel, erste Empfehlung, zweite Empfehlung. Habeck über russische Sanktionen, Situation spitzt sich zu, Gas als Waffe. Also zwei Artikel, die ich Ihnen empfehlen möchte. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.